So und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und ihr seht schon, ich bin bei mir zu Hause. Ich hab... dieser Vlog ist schon lange her, ist schon Pfingstferien oder so. Also es ist sehr lange her, da war ich bei Mathis mit meinem guten alten PC und dort haben wir viel aufgenommen. Okay, nicht so viel, aber es ist schon viel geworden und ich hab das mal so ein bisschen zusammengeschnitten. Es ist ein bisschen chaotisch und die Musik ist auch manchmal vielleicht so, Musik ist zu Ende und jetzt kommt direkt was, eine andere, komplett andere Musik oder so. Kann sein und das Ende ist einfach blab, weg. Also die letzte Szene kommt und dann weg. Passiert nichts mehr. Und deswegen wollte ich einfach mal sagen, dass es so sein wird. Deswegen auch dieses Video, also dieses Video, also dieser Anfang jetzt. Und dort, ähm, im Vlog ist halt ein bisschen chaotisch, wie ich schon gesagt. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ähm, ich werd in der Gamestorm sein und werd da auch filmen. Und wenn ihr da drauf Bock habt, dann schreibt es mal in die Kommentare oder lasst eine Bewertung da. Und sonst würde ich sagen, viel Spaß mit dem Vlog. Lasst mal eine Kritik da, was wir besser machen können. Ich wollte schon ein bisschen professioneller sein und hab versucht, mehr Sichten zu machen. Es sind jetzt natürlich nur zwei Sichten geworden. Äh, ich hoffe, es ist trotzdem eigenermaßen ansehbar. Und sonst würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020